Hallo Jungs, Willkommen zu einem neuen Special-Folge vom LuckyBlog-Wettel. Wir spielen heute auf der UFO-Map. Da-da-da-da! Aber erstmal hallo Sturmwaffel, hallo Izzy und hallo Kev. Hallo, hallo Kev, hallo Sturmwaffel, hallo. Hi. Ey, wir stehen aber falsch rum. Wie? Ja, echt mal? Das ist falsch rum hier. Doch, doch, das ist das UFO. So. Nee. Achso, das meinst du. Ja, ja. Ein großes Dankeschön an das Bauteam. Wir haben hier auch eine ganz spezielle Map. Und das ist die zweite Folge des LuckyBlog-Wettels der dritten Staffel. Das ist mein Zimmer hier, Leute. Das ist mein Zimmer. Damit ihr es versteht, finde ich. Da ist der Schreibtisch, hier sitzt man so. Dann haben wir da hinten, hier kommt Renn-Simulator nochmal später hin. Das ist ja das meins Zimmer, gell? Dann haben wir hier die Fensterfront hier, mit einem schönen Cashfond. Hier ist der große Schrank, da ist die Red drauf. Und dann sind die Filme hier im Segenaustag. Ja, die Red drauf, da ist er am Start. Heute auch LuckyBlog-Wettel mit der Red, natürlich. Ja, selbstverständlich, das ist doch klar. Und wir dürfen alle Blöcke hier aufmachen. So ist es. Das ist ziemlich crazy, oder? Es ist nochmal ganz wichtig zur Erklärung, für die dritte Staffel gibt es Verneuerungen. Die Krill zählen im Deathmatch, jeder gegen jeden. Außerdem ist es so, dass wir zwei verschiedene Typen von Maps haben. In der ersten Folge hattet ihr eine, sag ich mal, Themen-Map. So ein Drache mit einem Burg, kann auch Wüste sein, was weiß ich was. Burg, Drache. Und es gibt aber, der zweite Typ, sind symbolisch. Zum Beispiel, wollt ihr, dass wir auf einer Fidget-Spinner-Map spielen? Dann lasst es uns in den Kommentaren wissen, beispielsweise. Es könnte auch alles Mögliche sein. Es könnte jeder mögliche Fidget-Spinner sein. Wir können auch nur noch Fidget-Spinner-Maps machen. Ein grüner, ein goldener, einer der leuchtet. Da kann man sich eigentlich eher weniger beschweren, würde ich sagen. Ja, beschweren kann sich eher weniger. Wir haben 27 verschiedene Lucky-Blöcke, das heißt, wir haben auf jeden Fall einiges vor uns. Saugeil. Leute, wir haben hier so viele Lucky-Blöcke, also wird das verdammt chaotisch und krass. Und wenn ihr da... Oh Gott! Oh Gott! Hey, ich hab gar kein Leben, Alter! Oh Gott, ich verstehe nichts. Mein Leben, mein Leben, mein Leben. Mein Leben, mein Leben. Mein Leben, mein Leben. Es geht ja um mein Leben. Mein Leben, mein Leben. Das Ding ist auch, wir haben jetzt keine besondere Ecke oder so, sondern wir teilen uns einfach eine Map, auf der wir jetzt hier rumballern. Man kann Emeralds nicht mehr benutzen zum Craften, na? Nee, kann man nicht. Lieben. Das ist crazy, Maisy. Geile Crazy. Nee, mich auch. Lass mich... Ui. Oh, schade. Komm, du warst gar... Boah! Jetzt töte... Easy, töte mich mal schnell! Nee, mach du mal deinen Kram. Oh Gott. Nee, 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 nee! Als ob. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. So, bitte, was glaubt ihr bei mir? So, erstmal schön taktisch... Oh, das gibt's doch nicht. Nein! Was ist los? Warum hab ich denn Mining-Fatigue? Das ist ja voll geil. Wegen dem Guardian wieder. Oh, Easy, ich liebe dich. Danke schön. Als ob er einfach meine Hose hat, Mann. Ich hab deine Hose einkassiert. Wie liebens willst du denn? Als hättet ihr hier so einen ganz anderen Film am Laufen, ey. Wie lange lebst du denn, Junge? Ja, wieso länger als du? Oh, come on! Ja, nein! Als ob, Junge! Ey, ich brauch unbedingt den Spitzhack. Ja! Muss ich mal gucken. Was hast du bekommen? Oh, Chaos. Was hast du bekommen, Izzy? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich hab ein Diamant bekommen. Oh Gott. Oh Gott. Nein, ey. Oh, come on. Was ist denn passiert? Es kann mir einfach manchmal eine Kiste auch nicht schon wieder hoch. Alter, was geht hier ab. Es kommt wieder alles hoch. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Oh, ich muss noch Tieren. Ach Mann, jetzt haben die mir alle gute Sachen geklaut. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Es kommt mir einfach alles hoch. Ich glaube es auch noch nicht ganz, Izzy muss ich sein. Ich bin auch noch nicht ganz. Ich kann es einfach noch nicht mehr. Ich bin einfach noch nicht fertig. Ich bin einfach noch nicht fertig. Ich bin einfach noch nicht fertig. Das ist ein Wither. Fantastisch. Wither, boy. Was willst du? Oh. Hä? Wer ist denn da hingekommen gerade? Guten Tag. Wir spielen hier gerade Lucky Block. Wer ist das denn? Ist das genial. Watt denn? Habt ihr frische Sachen? Es wird ja immer perverser hier. Als ob. Müsst ihr Kev töten oder was? Es ist pervers, was hier passiert, Freunde. Ich habe nichts. Schau mal, das ist aber noch nicht. So. Und jetzt drücken sie mal die 1, 1, 0. Boah, das gibt's. Was? Was ist beim Kev los, Alter? Was ist denn beim Kev los? Kennt das geiler, Leute, dieses neuen Live-Verarsche? Ne. Was passiert hier? So, und jetzt drücken sie mal die 1, 1, 0. Fass. Wie bitte? Der Kev is back auf jeden Fall, würde ich sagen. Haben sie doch? Hab ich nicht. Back damit. Oh, nice. Keiner kennt die Insider von mir. Oh Mann, lass mich doch mal. Okay, die Frage ist auch, Leute, ihr müsst euch mal Gedanken machen. Denn das Schwert hat Attack-Speed 7. Attack. Attack. Die Spitzhacke hat ja mehr, die Axt hat mehr Damage. Ach, Mining-Fatigue. Und tschüss. Oh, wie lange geht dieses Mining-Fatigue, Alter? Ich bin eingekesselt. Kann ich nicht, ich bin eingekesselt. Oh Mann. Ach, das ist ein Problem, Isi. Ja, ja. Attack. Das ist ja wohl doof, muss man sagen. Was soll ich mal sagen? Es ist halt so. Es hat einfach mehr Damage. Also wir haben jetzt auch festgelegt, dass man auf der Zwischen-Map sich nochmal was meinen darf, ne? Also an Sachen. Puls, ja. Ich spaw jetzt irgendwas, was mich tötet, oder? Danke, Jimmy, für deine Hose. Danke, Cap. Das war übel nett, Alter. Kann ich das nicht hinlegen? Wir haben noch 34, Leute. Rechts steht immer, wie lange wir noch haben. Ja, kill mich, danke. Wo ist denn der Cap? Endlich. Oh fuck, da werde ich sterben. Cap, wo bist du denn? Warum hast du so viel Angst? Ey, warum bin ich denn immer hier? Ja, ich wurde nicht von Cap gekillt. Oh shit, dafür sterbe ich jetzt immer nochmal. Lass mich bitte, okay? Nö, ich muss auch mal jemanden tot machen. Okay, was haben wir hier? Das hier, das hier, das hier. Mann, das hat sauwehe. Das dauert aber echt lange, ey. Wenn da nix rauskommt, leckt das gerade? Ja, das dauert manchmal ein bisschen, ne? Mann, warum denn immer von der Hellseilten, Alter? Ich will das nicht mehr. Ah shit, jetzt geht's los. Okay, wir haben noch drei Minuten, wir müssen langsam ranklotzen. Och Mann! So ein Mock hier. So ein Mock, Alter, hast du dich geduldet? Schöner Mock. Ja, ohne Witz, ey. Lecker Mock. Ich glaube, das bringt nichts. Smock, Mock. Smock, Mock. So, das kann alles weg. Aua, das ist so weh. So, du weh. Das ist aber ein ganz schöner Durcheinander hier, sag ich mal so. Ey, dass man so viel Scheiße im Inventar behalten muss, das ne? Nein, nicht wie der Guardian. Nein! Das muss ich ja nicht behalten. Mann, warum hast du denn so viel? Das ist ja, ne? Hör auf! Ich hab dich zufrieden, wenn du mich zufrieden lässt. Ja, weiß gar nicht, was ich jetzt... Nein, ich hab heut doch nicht! Das war ein Ausrutscher! Das gibt's doch nicht. Ich hab die Pferde rauf und dann ist mir alles... Ich hab Pferde auch schon. Ja, weil ich keinen aufheben kann. Mann, Wither, ich freu' den Pferd haben. Ist das was cooles? Ist das cool hier? Ist das was cooles? Ist das was cooles? Ist das was cooles? Scheiße. Ist das cooles? Ist das cooles? Okay, geh weg, geh weg, geh weg. Ich glaub, es ist was cooles. Ich hab jetzt mal 10 mit dem Kopf. Ja. Ich hab jetzt was cooles. Komm schon. Sei cool! Aua! Alter, Izzy, du hast nicht runtergeworfen! Ja! Der Spawn ist Lava! Wer hat denn hier schon wieder so ne Scheiße gemacht? Hab ich jetzt was gutes von dir? Der Spawn ist Lava! Das ist neu. Der Spawn ist Lava! Der Spawn ist Lava, Alter! Der Spawn ist Lava, Alter! Spawn Protection, ne, by the way. Wenn du Lava fällst, ist er nicht schlimm. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich schlagen soll. Dieses Warten, das macht mich nervös. Ja, du musst gut zielen und das... Oh, danke, Izzy! Ja, saugern! Der Spawn ist Lava! Saugern! Saugern! Übelgern! Wer dir irgendwie helfen kann, sag einmal Bescheid, ne? Gerne gefallen getan, saugern! Oh! Was ist das denn? Was ist das denn? Ui! Was zur Hölle ist das denn? Kann das jetzt nicht aufhören mit dieser Brennerei? Bin ja kein Schmied! Als ob! Ob das eine Roten Axe? Ne, hä? Als ob das weg ist einfach! Ach, Mann! Die Diamanten nicht einfach mal hab, Alter! Was kommt da raus? Urr, nur Scheiße! Ja, das war schlau auf jeden Fall. Kann man mal festhalten. Was hab ich überlebt? Ich blick nicht durch hier! Ich blick nicht durch hier! Ich blick auch nicht 100% durch, muss ich sagen! Oh, ich hab'n Lucky Block mit Lucky Minus 50! Autsch! Autsch! Ja, das sind die Besten! Wer hat Essen? Oh, Scheiße! Oh, fuck! Tut euch die Lava am Anfang auch immer so doll weh wie mir? Oh! What? Willst du noch schnell was zu essen einkassieren? Oh, nur noch 1, 2, 4... Oh, fuck! Essen brauche ich auch noch! Oh, nee! Ich komm hier nicht raus! Ich komm hier nicht raus! Wie ich immer von Anfang an brenne und sterbe! Was ist das hier? Bitte nicht mich töten! Was passiert hier? Gib Daddy Essen! Bitte lass das, aua.. Okay, wer ist das? Gib Papa Essen! Hunger! Nicht gut! Boah ey ohne Mist und dann eben mal in dieser Lava-Sport. Leute mir gehts grad gar nicht gut. Au! Also ganz ehrlich doch jeder von uns wird das gleiche Equip haben, so wie das aussieht. Ich glaub das nicht. Nee ich glaub nicht. Ich glaub tatsächlich auch nicht. Komm schon, das gibt's doch nicht. Wir brauchen nur was zu essen. Wie kann der Start so nervig sein? Ist immer so nervig. So warst du da lang, bin ich gegangen. Oh nein. Gib doch mal irgendwas hier. Danke. Doch was zu essen. Lass mich zufrieden. Ach halt's auf. Warum bekomm ich das denn immer nicht? Mann ey ich komm nicht mehr durch. Oh ja der hat Essen gedroppt. Ja. Nein! Oh Gott ich geh mir nie raus. Fuck wo war ich denn? Oh Gott ey was ist es denn bitte? Shitty man Jensen sag ich. Ich will nicht schon wieder sterben. Okay ich will vielleicht doch sterben. Perfekt danke. Doch genau als ob ich jetzt schon wieder sterbe. Das kann doch nicht wahr sein Leute. Für die, für die, für die äh, für die letzten Kunden. Dass sie nicht alle mit The Wither. Für die Klicks. Hä? Hat da grad einer gesagt für die Klicks? Oh drei mal diese Dinger. Kann da mal einer gucken. Für die Klicks slash lag machen oder so? Slash lag meine ich für die Dinger. Für die Klicks. Ja genau. Ich check gar nichts mehr. Hä wo sind meine ganzen, hat mich jemand getötet in letzter Zeit? Ich bin auch weg geflogen irgendwie. Ich bin ja laber geilo. Kann sein dass ich mich getötet habe aus Aggressivitätsgründen. Stop stop stop. Holz können wir uns holen? Okay Holz können wir uns holen? Holz können wir holen. Dann mach äh das hier. Effekt äh der. Ich hab auch gebrannt. Ja ich wischischisch. Richtiger Brenner. Brennst du immer noch oder nicht? Ja. 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 Das war echt ganz schön haiaiai war das wahr. Aus meiner Meinung nach ja ja. Bitteschön. Halleluja auch nur zwischendurch mal. Wo geht's denn hier hin? Ich versuch mal ins Portal zusammen. Stop 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 stop. Das war's. Man kann nur kurz halbe nicht craften hier Freunde. Okay. Darf man aussortieren? Darf man aussortieren? Darf man aussortieren? Warte ich teleportier doch alle jetzt. Ich bin im Portal. Das ist ja unfair weil ich ja was machen muss. Ja ja ja. Ja ja ja. Nicht bewegen. Mir wird schlecht im Portal. Boah. Kev kannst du mir einmal essen geben. Weil ich hab kein Essen. Dann hast du Pech jetzt zu sammeln müssen. Aber wenn ich jetzt verbrannt bin von gerade eben noch. Das ist doch schon ein bisschen scheiße. Was sagt ihr den da? Ich verstehe ihn nicht. Warte. Weil wenn ich seh zu ohne. Ich hab nämlich nur noch Hälfte Leben hab. Und kein Essen. Und das ist jetzt dann nur. Ihr habt seid ja alle voll. So jeder ist jetzt vollgehalten mit Essen. Perfekt. Wieso bin ich denn einfach in der Mitte gespawnt? Ist das normal? Jeder ist in der Mitte gespawnt. Weil das automatisch erst ab der nächsten Folge ist mein Jung. Tschuldigung tut mir leid. Der Stummwaffel hatte so einen geilen Unterschlupf. Hab ich gesehen. Also. Wow Alter. Ich bin nicht so heavy. Junge nein. Ab. Geht's jetzt los oder nicht? Okay ja gut. Gut. Ich brauche da einfach mal nicht gut. Ey was passiert denn da? Ich hab Angst ein bisschen. Okay. Er hat mir gegen den Kopf geschossen. Ja. Aber das ist nicht gut. Richtig so. Ja das ist nicht gut. Ja. Das sollte man ganz schön. Das sollte man unterlassen. Das sollte man unterlassen. Wir Kraften aber auch. Dener hat Pech oder? Nein. Wir dürfen Kraften. Dener hat Pech. Das ist ja sein Problem wenn der biefert. Der ist keine Deathmatchzeit gerade bei mir. Dener hat Pech ne. Ich warte die ganze Zeit. Hallo. Dürfen wir machen oder nicht? Ja Kraften los. Aber hä. Hier sind doch gar keine Zeit angegeben. Ja ich wusste nicht. Dener es geht jetzt los. Okay nice. Okay ist ja alles gut. Okay alles gut. Ich hatte gar keine Ahnung was abgeht jetzt. Leute was sind denn Dornen? Äh Dornen. Dornen. Hast du Rückstoßschaden? Hä? Darf ich denn ne Goldrüstung? Was ist denn jetzt hier besser? Ich verstehe das nicht. Okay das kann weg. Alter wie. Ich bin der Lavameister alter. Ist so. Du bist der Lavameister. So. So siehts nämlich aus. Ja das ist einfach so. Na ich glaube ich ist das so besser. Habe ich nix hier ne. Junge. Wieso kommt Rebe einfach rein. Ah. Ich glaube weil ihr Beef habt. Ich glaube hier kann ich nicht leiden. So. Wer kann nicht leiden. Wer kann nicht leiden. Wer kann nicht leiden. Lavameister habe ich weniger Bock drauf. Lavameister ist hier. Schreib dir zur Tat. So. Wo ist denn höchstwörstel? Ah ne. Habe ich auch keinen Bock drauf. Da gehe ich mal ganz kurz weg. Jo wieso. Na guck ich doch mal hier wer hier drin sein könnte. Ich höre auf jeden Fall ein Äpfelchen. Wo seid ihr denn? Hallo. Du wirst ja auch gerne mal. Ich hab auch noch keinen gesehen. Ich kann auch keinen erkennen. Hä. Du kannst keinen erkennen? Ich erkenne keinen. Ah. Hä. Du versteckst dich mit Sicherheit. Find keinen. Find niemanden. Ich versuch die ganze Zeit wie ein Pupke mit Alze rumzugucken. Hä. Ich seh nur Kev. Wer ist er? Aua. Was ist das? Hä. Hä. Ich weiß nicht ob du mich nicht siehst. Hä. Hast du den Effekt drauf? Ok Leute kurz Disconnect und Reconnect alle. Alle kurz Reconnect. Welche Schwierigkeiten kann ich geben? Disconnect Reconnect? Ja. Disconnect Reconnect. Also ich muss sagen ich hab Sturmwaffe gesehen. Ich hab ihn auch gesehen. Aber sonst hab ich keinen gesehen. Ich hab auch nur Kev gesehen. Ihr auch nicht. Alarm. 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 Okay. Okay. Also alle sind wieder in ihrer Position. Alles klar. Habt ihr auch so krasse OP Sachen? Ja. Heftig. Ich bin heftig deftig kräftig. Alles ist sehr fruchtig und schön hier. Da seh ich noch jemanden. Da ist Felix. Da ist Kev. Ich seh Kev. Die Map kennen wir oder? Die Deathmatch Arena hatten wir schon mal. Ja stimmt. Wo ist denn Izzy ist die Frage. Ich bin glaube ich unsiegbar. Unsiegbar. Hier sollte ja unsiegbar sein. Das glaube ich nicht ganz. Okay. Ich hab nix für den zwei Lampen. Was ist mit dir Kev? Kev. Als ob ich schon wieder so derbe übertreif wäre. Als ob ihr schon direkt wieder so die... Jetzt. Und der staubt nur ab. Ey. Was seid ihr denn? Was seid ihr denn? Ich will auch Geld. Oh man. Seid durcheinander. Saube. Nicht so. Rum. Mann. Was geht dir auf? Wie viele Goldämpel du da hast? Ja. Komm her Kev. Kev komm her. Als ob wir alle jetzt die Goldäpfel nehmen. Ich hab keinen einzigen Goldäpfel. Das ist das Ding. Wo ist der Junge hin? Kev da musst du kämpfen wie einer. Wo ist der Junge hin? Ist der mit der Enderperle dahin? Dann alle hinterher oder nicht ne? Scheiße da steht er ja. Lass mich zufrieden ihr Wiesen. Oh ist das gemein? Ist das? Ja wie sie mich vorkosten. Wollt ihr mich verkackern? Ich hab jetzt schon so viel auf sich rumgekloppt. Alter sind doch du gelaufen. Sie laufen aneinander vorbei. Das glaub ich ja nicht. Ich schlag die ganze Zeit hier wild rum ey. Ich glaub das nicht. Ich muss was essen alter. Und ich hab auch nur verrottetes Zombiefleisch. Scheiße. Ja das für ne Schweinegeule. Wie gierig die sind alter. Hört auf. Kev als ob. Ich hab zu letzt geschlagen. Ich hab zu letzt geschlagen. Niemand war es. Was? So. Als ob. Habt ihr es jetzt alter. Als ob. Als ob. Als ob. Ich nicht den Kill bekommen hab. Das war zu lang her oder was. Ich war direkt neben ihm. Mann. Ich bin extra weg ey. Ihr könnt mich nicht mehr. Hey das kann doch echt nicht sein. Ich muss auch grad überlegen. Was ist denn jetzt mit dem Kill alter. Ich hab mich doch berührt. Oh Mann. Das ist scheiße. Was schon. Ihr habt beide. Kann man mit beiden schlagen. Als ob. Ich hab nur. Ah. Ich hätte fast Kev gekillt. Und fast easy gekillt. Du hast mich doch gekillt. Ja. Als ob beide dann. Alter. Ich glaub sie. Ja. Dena hat mich gekillt. Das stimmt. Der war bei mir. Und er hat mich geschlagen. Als ob Dena jetzt. Ich hab so lange auf ihr rumgekloppt. Alter. Ich hab so lange auf ihr rumgekloppt. So viel Äpfel hab. Naja. Es hält sich in Grenzen. Als du abgehauen bist. Wie viel Leben habest du noch. Als wir das gegeneinander gekämpft haben. Und bis vor Sturmbach begann. Keine Ahnung. Ich hatte einen Goldapfel drin. Da hatte ich die ganze Zeit unendlich. Ich hatte auch gar keinen Goldapfel übrigens. Ich hatte eigentlich drei. Aber in der ersten Runde mussten wir neu starten. Da war der weg. Du hast aber zwei OP-Äpfel gefressen. Ja ich hatte eigentlich drei. Aber da mussten wir neu starten. Aber darf man nicht nur ein essen? Ja darf man nur. Wir haben doch in der letzten Folge gesagt. Wir können so viel essen wie wir wollen. In der Aufbauphase. Nicht im Deathmatch. Deswegen bist du nicht down gegangen. Ist doch egal. Ich bin auf jeden Fall tot. Egal. Okay Leute. Damit ist der Punktgestand wie folgt. Ich bleibe auf zwei Punkten. Der Sturm hier hatte drei Punkte. Der DNA ein Punkt. Und der Easy aktuell noch null Punkte. Aber es kann sich noch einiges ändern. Ab der nächsten Folge. Sollte es auch deutlich automatischer sein. Sodass viele Bugs gefixt werden. Großes Dankeschön an das Server Team. Dass es möglich machen wird. Danke Server Team. Vielen Dank Server Team Leute. Wenn ihr auch. Wenn ihr euch spielen wollt. Dann geht auf fm.caf.de. Auf der Version 1 und 8. Aber nächste Folge kommt was krasses. Okay. Komm schon mal drauf. In drei Tagen geht es weiter. Wir sehen uns. Ciao Leute. Ciao Leute. Das war es für heute. Für mich war es wieder kein Punkt. Obwohl ich echt. Ein Zimmer mal ehrlich verdient gehabt hätte. Bei dem Fight gegen Kev. Auch wenn ich vielleicht doch anscheinend. Keine zwei OP Äpfel essen durfte. Aber der hätte auf jeden Fall drin sein sollen. Der hatte den ja ganz ganz mies abgestaubt. Aber darum geht es ja hier nicht Leute. Darum geht es ja hier nicht Leute. Sondern es geht natürlich um den Spaß. Und dass wir alle gute Laune haben. Bis zum nächsten Mal. Schau bei den anderen vorbei. Abonniert den Kanal falls ihr nicht gemacht habt. Drückt den Daumen nach oben wenn es euch gefallen hat. Und ja vielleicht kommt ihr irgendwann der Punkt. Das wäre doch mal ganz geil oder? Bis dann. Tschüss. Das wäre doch mal ganz geil. Vielen Dank.